Jo, herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Plattenfroster-Television. Genau, herzlich willkommen, Alex. Danke. Tja, ein neues Gesicht hier in der Runde. Zum zweiten Mal bin ich da. Stimmt, zum zweiten Mal. Du hast schon mal ein Interview mit der Geheimagentur, ja genau. Und jetzt, heute darf ich mit Felix den Abend verbringen und Stefan vertreten. Genau, nicht nur mit mir, sondern auch mit vielen anderen. Genau, erstmal freuen wir uns, dass wir wieder unglaublich viele Streaming-Partner haben, die hoffentlich viel Publikum anlocken. Dazu gehört wieder die Astra-Stube, das Hafenklang, Ticks for Gigs, Concert News Hamburg, Soundkartell, Hamburger Morgenpost, Hamburg Ahoi, Szene, das Stadtmagazin. Genau, Hanseplatte, Groove City Records, Rock City, Byte FM, Jazz Moves und die Jazz Federation streamen auch mit. Genau, damit sind wir eigentlich auch schon dabei. Es wird jazzig, es wird groovig, es wird alles Mögliche. Wir haben interessante Gesprächsgäste. Wir haben, genau, das Radar, da haben wir die Hanseplatte besucht und mit Sina von der Hanseplatte und mit Marga von Groove City Record Store uns unterhalten. Es gibt auch wieder einen Teil Rust Never Sleeps. Da sind wir wieder auf der Brücke mit Udo Zimuta, der erklärt uns da wieder so ein paar Kleinigkeiten. Und dann, was haben wir da noch so? Naja, die Live-Acts, so als großen, großen Point. Natürlich, deswegen machen wir den ganzen Quatsch denn hier überhaupt. Im Schiffsbauch, im Laderaum 4 steht schon bereit, Sir Bradley sextet. Wir sind breit aufgestellt heute. Mit denen werde ich auch die Ehre haben, zwischendurch zu sprechen. Stellvertretend damit Maria Rotfuchs. Und anschließend gibt es noch Richard von der Schulenburg, der mit seinem neuen Album Moods and Dances 2021 leider recht wenig Zeit im Pudel verbracht hat, aber fleißig war. Genau, im Pudel ist Richard von der Schulenburg sonst als Resident-DJ und jetzt live auch heute bei uns und auch später bei mir im Gespräch. Genau, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Oder langer Sinn, wie auch immer. Ich würde mich mit mal Richtung Mischpol verabschieden und übergebe hier nochmal an Alex. Und dann geht es, glaube ich, auch schon direkt ziemlich gleich weiter. Ich habe die Pole Position zur Band und gebe euch aber noch kurz mit, was es aus dem Board-Archiv gibt. Zum einen Sven Karczek, den haben wir 2015 hier in Hamburg an Bord gehabt. Dann Michel Chanty, ein französischer Künstler, der 2013 in Dunkirk auf der Stubnitz gespielt hat. Und last but not least, Luna and the Deception, eine Band aus dem UK, die ihren Song Breeze spielen werden. Die haben 2014 in London bei uns gespielt. Aber jetzt viel Spaß mit Sir Bradley live von der Stubnitz. Und jetzt viel Spaß mit Sir Bradley live von der Stubnitz. Und jetzt viel Spaß mit Sir Bradley live von der Stubnitz. Und jetzt viel Spaß mit Sir Bradley live von der Stubnitz. Und jetzt viel Spaß mit Sir Bradley live von der Stubnitz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Will we meet again somewhere new? Oh, hello, my friend How are you? It took me a while to freeze the news guitar solo guitar solo Oh, hello, my friend Things went the wrong way, you say You're left without a word that day guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Come on, my friend What happened to us? Make it short and simple As long as I'm listening guitar solo 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 Musik 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 I won't tell you how I do Loneliness is something weary I'm blue DuvLt 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 en 雪 Musik Musik The sky's no shelter, my friend The sky's no shelter, my friend Katharina Butari am Gesang Dorothee Offermann Saxophon Chris Lührs Posaune Annette Kaiser Schlagzeug Lovis Determann Gitarre Maria Rothfuchs Bass Wir spielen als letztes Stück ein Stück, was es eigentlich erst auf die Bühne geschafft hat, als ich es umbenannt habe. Ich habe das immer wieder mal in Bands angebracht, weil ich es so toll fand, was ich da geschrieben habe. Und es wurde aber zwar gespielt, aber dann hieß es immer so, kann man machen, aber muss eigentlich nicht sein. Dann habe ich gedacht, was mache ich, um dieses Stück zu retten? Weil kompositorisch ist mir natürlich nichts weiteres eingefallen. Es ist einfach perfekt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal mit einem anderen Namen. Und seit das Stück Moki Choki heißt, ist das ein Renner. In diesem Sinne, viel Spaß. Und dann habe ich gesagt, was mache ich das. Und dann habe ich gesagt, was mache ich das. Und dann habe ich gesagt, was mache ich das. Musik 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 Wow! Wow! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, eine neue Folge Radar. Wir sind heute bei der Hanseplatte, bei Sina und Marga von Groove City Records ist auch dabei. Ja, schön, dass ihr Zeit habt, dass ihr Lust habt, ein bisschen mit uns zu plaudern. Wie geht es euch so, während Corona, während der Plattenladen eigentlich zu sind? Verkauft ihr gerade noch? Wir haben das Glück, dass wir einen Online-Shop haben, der ganz gut funktioniert. Und wir machen auch das Click & Collect, bieten wir an, was die Leute jetzt wieder mehr nutzen seit ein paar Monaten. Ich war am Anfang in Kurzarbeit und muss sagen, jetzt geht es mir wieder besser, weil ich Arbeit habe, aber sehe halt auch, dass es vielen Leuten da anders geht. Und das nimmt mich natürlich mit, weil einfach so ein Stück Kultur gerade fehlt und das irgendwie schwierig ist, sich da so reinzugrufen in so einen neuen Alltag und irgendwie neue Strukturen zu finden. Innerhalb des Plattenladens und also einfach dieser Teil des Verkaufens, der wegfällt, damit so umzugehen. Aber eigentlich, also persönlich geht es mir gut, weil es auch so ein bisschen so eine Entschleunigung gerade gibt und man irgendwie Sachen nochmal anders betrachten kann. Also mir geht es so ähnlich. Also ich finde es echt öde, weil wir sind halt im Laden und packen fast ausschließlich Pakete und an die Tür kommen halt nur Leute, die was abholen. Also man kann dieses, was empfehlen, mit Leuten reden. Also dieser Kontakt, der fällt einfach völlig weg und das finde ich also zunehmend belastender. Auch wenn wir gleichzeitig natürlich so dieses Pakete packen, das Geld und die Miete zahlt, das ist trotzdem, finde ich, schwierig. Also es ist mental anstrengend, aber im Endeffekt sieht es so aus, als dass ihr beide mit den Läden hier irgendwie durch diese Zeit durchkommt und sich das, also kein Schließungsdruckkulisse irgendwo so da ist oder so. Also im Moment noch nicht. Und dann ist es natürlich so, das wird sich natürlich zeigen. Also es wird sich zeigen, wie lange wir noch zumachen müssen und wenn wir öffnen können, unter welchen Bedingungen. Und dadurch, dass wir ja nicht alleine sind, sondern wir sind Teil einer bestimmten Kulturlandschaft. Das bedeutet, wenn die Clubs, die Bars, wenn das alles, wenn keine Konzerte stattfinden, dann wird uns das betreffen, weil wir das merken werden. Weil die Leute, die dann in der Stadt sind, kommen auch zu uns. Und wir merken natürlich, dass unsere Kunden immer weniger Geld haben, weil die halt auch ihre Jobs verlieren oder in Kurzarbeit sind und so. Ja, das ist sicherlich. Du machst Groove City Records schon ziemlich lange? Also ich habe das vor 15 Jahren ungefähr, habe ich das übernommen von meinem Vorgänger und Groove City gibt es seit 92. Ja, und du warst davor auch schon plattenladenmäßig unterwegs? Genau, ich habe angefangen so Mitte der 80er bei Zardos in Altona, das war so zufällig und genau und dann irgendwann war ich nochmal bei einer Plattenfirma und dann vor 15 Jahren habe ich... Ich weiß nicht, das geht auch vielleicht auch an euch beide oder so, wie passiert das? Oder auch eine Frage im Endeffekt auch für uns, warum machen wir das, was wir da tun? Warum hängt man da in der Musikbubble ab und guckt, dass Records verkauft werden oder irgendwie Musik an ein Mensch kommt oder so? Was sonst? Ich glaube natürlich, die Leidenschaft zur Musik ist es. Also ich würde sagen, damit hängt alles an. Ja, ich bin da auch eher durch einen Zufall reingerutscht, würde ich sagen, weil ich ein starkes Musikinteresse habe und ich habe mich irgendwie umgeguckt nach der Schule, was ich machen könnte, worauf ich irgendwie Bock habe und mir war klar, dass ich eine Ausbildung machen will und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Hanseplatte ausbildet. Also ich kannte den Laden vorher schon von Konzerten und kannte Jakob auch vorher schon und dann meinte eine Freundin von mir, du, ich glaube, Jakob bildet aus und also Jakob ist jetzt der Besitzer der Hanseplatte seit zehn Jahren, lass mich lügen, der auch hier gelernt hat. Der auch hier gelernt hat, genau, das wusste ich aber damals nicht. Ach okay, auch? Also ich wusste nur, dass Rock City irgendwie mit drin hängt, aber diese Gründer von der Hanseplatte so? Genau, den Laden gibt es jetzt seit 15 Jahren und der wurde damals gegründet von Geryon Klug und Ertu Erin, oh Gott, Erin, könnt ihr das rausschneiden? Ertu Erin. Genau, und der Eva Schmidt, das war dann meine Ausbilderin und der Rock City Verein, genau und Jakob hat den dann vor zehn Jahren übernommen. Ich bin jetzt seit acht da. Okay, dann bist du hier direkt von Ausbildung bis ins Angestelltenverhältnis so durchgezogen. Voll, genau, ich bin einfach da geblieben. So wie André bei Zahlos, der hat ja in den 80ern seine Ausbildung gemacht und ist auch da geblieben. Ja, Jakob hat mich irgendwann gefragt, da war ich noch gar nicht fertig mit der Ausbildung, bleibst du eigentlich? Und dann war ich so, ey, warum eigentlich nicht? Wir sind ja gerade so ein bisschen auf der Suche, was braucht eigentlich eine Stadt für aktuelle, innovative, relevante Musik und so weiter. Es gibt die Läden, also die Clubs und es gibt die Lead Labels und so weiter. Es gibt halt eben auch Plattenläden, unter anderem Studios sind auch wichtig, Proberäume auch und so. Aber was macht ein Plattenladen, was würdet ihr sagen, was ist da so ein Ding, was das für Mucke so spannend macht, dass da, als Begegnungsort oder als whatever? Auf jeden Fall, also wenn ich zum Beispiel in einer anderen Stadt wäre, ich würde so als erstes in Plattenladen gehen, weil da sind die, die wissen, in welche Bars du gehen kannst, in welchen Club du gehen kannst, wo du essen gehen kannst, wo gute Orte sind. Also das ist, glaube ich, einfach so etwas Verbindendes. Und zu all dem, was du gesagt hast, gilt in Hamburg zum Beispiel die Bars. In Hamburg sind so viele Bars, die halt nicht einfach nur Getränke anbieten, sondern wo oft jeden Abend ein DJ spielt, wo die manchmal eine kleine Ecke haben, wo getanzt wird, wo fast immer mit Vinyl aufgelegt wird und so. Also das ist schon auch für uns ein totaler Multiplikator, weil wir haben relativ viele so Bar-DJs, die bei uns Sachen kaufen und man merkt dann, wenn einer von denen was mitnimmt, dann hört das da jemand anders, dann kommen die am nächsten Tag und so geht das weiter. Und so verkaufen wir Sachen, die wir zum Beispiel bei Discogs Null verkaufen. Also wir können richtig Stückzahlen absetzen von Platten, die wir entdecken, die wir irgendwie wichtig oder interessant finden, über diese Wege. Und das ist alles abgeschnitten im Moment gerade. Also das fehlt voll und dafür geht aber Discogs ganz gut steil oder sowas? Also wir verkaufen bei Discogs was, das war für uns die Rettung, muss ich tatsächlich sagen, im ersten Lockdown. Wir hatten relativ wenig bei Discogs drinstehen, haben meine Kollegin und ich einfach alles reingestellt, was geht. Und meine Erfahrung da ist tatsächlich, da sind wir so eine Art Mainstream-Laden. Also klar, weil irgendjemand in den USA guckt nach der, keine Ahnung, irgendeiner Neil Young-Platte. Das verkaufen wir im Laden relativ selten, aber da im Netz geht es jetzt auf einmal. Und die andere Erfahrung, die wir jetzt machen gerade, ist, dass wir über Jahre ein Backprogramm aufgebaut haben. Das haben wir halt alles reingestellt, das kaufen die uns jetzt alles weg. Und das ist richtig hart, also es tut mir richtig weh. Weil auf der einen Seite bringt es die Miete, aber auf der anderen Seite so, habe ich die Vorstellung, okay, dann machen wir wieder auf und die haben alles weggekauft. Und dann die, die kommen zum eigentlich so ein bisschen so rumschauen. Genau, die finden gar nichts mehr. Also das fand ich jetzt echt, jetzt hören wir auf damit, dass wir einfach so, ich kann jetzt natürlich nicht die Sachen alle wieder rausnehmen, aber jetzt merken wir, okay, wenn wir irgendwas nicht nachbestellen können und wir haben nur noch eine, dann bleibt die im Laden und geht nicht mehr über Discogs. Habt ihr auch so ein Discogs-Problem hier? Ich wollte nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du angesprochen hast mit den Bars, weil das, was mir total fehlt, ist so das Wochenende, Freitag ist immer Release-Tag und man merkt halt, dass Leute eigentlich aus anderen Städten auch nach Hamburg kommen, um auf Konzerte zu gehen oder weil Freitag eine Platte rauskommt. Und dann kommen die hierher, danach gehen sie auf ein Konzert, dann treffen sie sich irgendwie in der Mutter, unterhalten sich da über Musik, treffen da andere Künstlerinnen und das bricht halt weg. Und am Samstag kommen sie dann in der Regel wieder zu uns. Und das ist irgendwie eigentlich was voll Schönes, was du jetzt halt überhaupt nicht mehr hast. Oder dass wenn jemand hierher kommt und sich zwei Platten anhört, dann siehst du, was das für Platten sind, sagst, ey, hör dir diese drei auch an und empfiehlst die dann. Und das funktioniert übers Internet voll schwierig. Also da probiert man das natürlich irgendwie über unseren Newsletter zum Beispiel, aber du kriegst dann ja auch nicht mit, wie das, also natürlich durch Bestellungen ein Stück weit, aber wie das angenommen wird, ist irgendwie schwierig. Wie ist das so mit dem Empfehlen? Also ich meine, gut, ich selber kaufe auch immer hin und wieder mal da und da eine Platte oder sowas, aber kommen wirklich Leute regelmäßig rein und sagen so, boah, ich mag das und das und das, hast du einen geilen Tipp oder sowas? Und warum vertrauen die euch überhaupt? Erfahrung. Ich würde sagen, Erfahrungswerte. Also wenn man das geschafft hat, dass du, also, weißt du, ich versuche so, sagen wir jetzt mal, du bist neu bei mir im Laden, dann versuche ich im Grunde genommen, du beschäftigst dich nicht mit Musik und hast keine Idee, was du so haben willst, dann versuche ich halt rauszufinden. Also ich versuche sozusagen, was ist es? Suchst du eine Jazzplatte, eine Hip-Hop-Platte, suchst du eher Soul? Also um das nochmal so einzugrimmen, dieses, auch wenn die dann so kommen, und sagen, ja, empfehlen Sie mir doch mal was Afrikanisches. Oh, okay. Also die wissen schon. Und dann kann man so gucken, was war die Platte, die du davor gekauft hast? Also man kann so, man kann ja so loslegen. Und ich habe, genau, wir haben dann so ein, also das ist so unser Konzept, weil es natürlich auch manchmal so Leute gibt, da muss man einfach sagen, denen kann man nicht helfen. Es gibt drei Platten und dann gibt es nochmal zwei. Und wenn da nichts dabei ist, dann gehe ich davon aus, dass du bei uns nichts findest. Weil das ist das, was ich dir gebe, das ist das, was ich am tollsten finde. Und wir haben ja nur Sachen, die wir toll finden. Und wenn du es nicht teilst, dann ist es vielleicht nicht dein Laden. Aber das funktioniert total. Und die Leute freuen sich total, wenn man ihnen was in die Hand drückt, was sie einfach noch vorher nicht, was sie nicht kennen oder was auch sonst niemand kennt. Und das ist so die, ich habe das ganz oft, dass so Leute mir dann schreiben und sagen, vor drei Jahren war ich mal, da hast du, haben sie mir, haben sie jetzt noch einen Tipp für mich? Ja. Das ist irgendwie voll schön, finde ich. Und das fehlt jetzt ja auch alles. Das ist so, und man handelt das, weißt du, so ab, du schreibst nicht zehn Mails. Ja, voll, das ist ja. Sondern du hast in einer halben Minute, hat man das eigentlich verhandelt und der andere hat wahrscheinlich eine Platte in der Hand, mit der er glücklich ist. Genau. Und das fehlt mir auch total. Das merke ich einfach, dass so im Grunde genommen das, was ich so habe an, ich kann es gar nicht weitergeben, weil wenn ich bei Discogs irgendeine Platte ein, ja, dann... Das ist natürlich auch, wenn du jetzt einen neuen Karton aufmachst und dann die Musik auflegst und dann kommen die Leute in den Laden rein und freuen sich mit dir und du hörst gemeinsam Musik. Also, jetzt sitze ich hier alleine an meinem Rechner und höre Musik und das ist halt, da fehlt halt voll viel. Das ist auch für uns der Moment, also dieses Gemeinsame. Selbst wenn du der Booker, die Veranstalterin bist oder die Technikerin oder was auch immer, aber es sind dann Gäste da und es passiert, was da passiert und das ist... Das ist, für mich ist das total was Soziales. Ich höre jetzt, muss ich echt sagen, ich höre relativ wenig Musik, weil mir das, also ich teile das gern, ne? Also im Laden, wenn ich in den Pudel gehe, wenn ich in eine Bar gehe, also aber so, nur so für mich mache ich das natürlich auch, aber mir macht es nicht so richtig Spaß, ne? Weil ich habe so Lust daran, weißt du, sowas vielleicht tatsächlich irgendwie so weiter zu geben. Jawohl. Ja, der soziale Faktor ist halt echt das Ding so. Es ist auch, ja, dieses, was zwischen der Luft dann mit den Leuten passiert, so, selbst wenn man nichts miteinander redet oder auch sich nur gerade mal so sieht, da steht auch noch eine Person so, aber dann ist da was los. Ja, und sowas verkaufen wir, wir verkaufen einfach auch ganz viel, weil es im Laden läuft, ne? Die Leute kommen rein und finden es schon schön oder sie laufen draußen vorbei und haben so eine kleine Box und kommen noch mal wieder, kommen noch mal wieder, weißt du, die kleinen Kinder tanzen da vor, dann so, das ist irgendwie, genau, und das fehlt alles und das, also das finde ich echt zunehmend belastend, das ist nicht wahr. Du hast vorher noch mir, oder im Vorgespräch so, wo wir mal ein bisschen geplaudert haben, gesagt, du machst diesen, oder hast diesen Hamburg Record Store, so einen Guide mal mit rausgebracht und da kam ja drauf, dass es hier eine relativ große Dichte in Plattenläden gibt, die nah beieinander sind und es wohl gar kein krasses Konkurrenzverhalten gibt, von wegen so Scheiße, die verkaufen mehr Platten, ich habe aber die anderen so. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man keine Ahnung von hat? Ihr empfehlt euch gegenseitig im Kreis herum, oder? Auf jeden Fall. Und wir sind, glaube ich, inzwischen hat Hamburg, ich würde sagen, dass wir, also fast alle haben so ein Alleinstellungsmerkmal und wenn es, weißt du, so ein Laden ist wie Zardos, der auf eine breite Bandbreite anbietet, dann ist das das Alleinstellungsmerkmal, weil wir das nicht haben. Also wir haben ein bestimmtes Repertoire und immer dann, wenn jemand reinkommt und was sucht, was wir nicht haben, dann schicke ich den halt woanders hin. Und umgekehrt, dass man so weiß, also im Grunde genommen wissen wir halt auch, was die anderen haben, dass man so weiß, wahrscheinlich findest du das da oder ich kann auch mal eben anrufen und fragen, ob die da ist, wenn du da nicht hinlaufen willst und so. Aber gleichzeitig sind wir ja alle so dicht beieinander, dass das halt auch, und wie gesagt, ich find's irgendwie super und Sina auch, wenn die Leute schon mit drei Tüten von woanders irgendwie in den Laden kommen. Und man merkt ja auch, dass das so ein, ich sag ich mal, eine andere Art vom Shoppen ist, wenn die Leute halt gezielt die einzelnen Läden abklappern. Und also, wie du es halt gesagt hast, wenn man selber in eine andere Stadt fährt, das macht ja total Spaß. Und dann kommst du ja auch ins Gespräch und sagst irgendwie, ey, wo ist heute Abend ein Konzert und so. Ja, voll. Ja, auch Flyer abchecken oder was da so rumliegt irgendwie. Werdet ihr dann auch gezielt von Musikerinnen, von Bands aus Hamburg so, die vorbeikommen und sagen, guck mal hier, ich hab wieder da, dies, das oder spiel dort oder hab ein Flyer da am Start? Ja, auf jeden Fall. Wichtiger Punkt. Genau. Und viele Musiker, die in der Stadt sind und spielen, die ja jetzt auch alle nicht da sind, die halt auch eigentlich regelmäßig kommen, immer wenn sie da sind, da zum Plattenshoppen kommen und so. Ja. Menschen, die anreisen, also die kommen richtig angereist, um in Hamburg in die Plattenläden zu gehen. Das ist so, das ist ja auch alles weg. Was würdest du sagen, Sina, was ist dann so Handzeplatte, was habt ihr, was ist dann so das Repertoire oder so die Nische, die Sparte, in der ihr hier unterwegs seid? Ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir versuchen ja, die ganze Hamburger Landschaft so ein bisschen abzudecken und es ist irgendwie klar, dass wir versuchen, dass es auch viele kleinere Indie-Bands sind und jetzt nicht die ganz Großen nur zu zeigen, aber deswegen kann ich jetzt gar kein Genre spezifisch nennen und ich freue mich auch eigentlich immer, wenn so ein neuer Kram dazukommt, wo ich selber gar nicht mehr weiß, was ist denn das jetzt genau? Also es gibt jetzt so ganz viele neue Sinti-Pop-Geschichten, wo ich so, den muss ich mir irgendwie selber fünfmal anhören und bin so, ah, voll spannend. Also meinst du dann aber hier so regional oder einfach nur Zeug, was halt reinkommt über eure Distributoren und so? Ne, auch regional, cool, ja. Also da passieren immer spannende Sachen und ich hoffe auch weiterhin, dass die Leute Bock haben, da weiter zu basteln. Ja, cool, dann vielleicht, ich würde mal sagen, wir schauen bei uns im Archiv eine Runde rein, was wir so am Start haben und schnacken dann gleich mal weiter, was hier sonst so passiert. Bis gleich. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Und das ist das, wenn du so denkst, ich habe drei Millionen Klicks bei Spotify. Okay, was hast du gekriegt? 1,55? Ja, wobei auch so ein Punkt, was Musik und Big Business irgendwie so ist, also da, wo die großen, die riesen Weltlabels irgendwie so ihre Platten rausbringen, da ist ja die Marge für die Künstler auch relativ überschaubar so. Genau, aber da sind die Platten halt besonders teuer. Besonders teuer sind sie bei Warner, Universal, Sony, also bei diesen ganzen großen Firmen. Und wenn wir da nicht noch den einen oder anderen direkten Zugang hätten zu jemandem, der sagt, okay, ich will die kleinen Plattenläden unterstützen, die kriegen von mir nochmal so zehn Prozent. Also was für uns halt auch super ist, wenn es da noch solche Leute gibt, aber die werden jetzt alle weggespart. Da kann man irgendwie auch relativ sicher sein, dass die da auch verschwinden werden, weil die viel zu teuer sind und so. Ist das auch ein bisschen Bedenken, wie sich das jetzt dann so weiterentwickelt? Also ich hoffe jetzt ja im Moment nochmal, dass das so bleibt. Das wäre im Grunde genommen, dass diese Indie-Label trotzdem so viel, sagen wir mal, Geld verdienen können, dass sie immer noch Sachen auf Vinyl rausbringen zu einem einigermaßen okayen Preis. Und wenn ich so meine, die Sachen bei mir angucke, dann habe ich da, glaube ich, also höchstens zehn Prozent Industrieware und der Rest kommt eh von anderen. Kann man das auch so ein bisschen trennen? Ist das hier auch so? Dass du sagen kannst, okay, hier ist so ein gewisser Teil, natürlich musst du so eine gewisse Kommerzialität auch bedienen, aber insgesamt schaut man auch hier so, dass jetzt die Basis auf jeden Fall. Also ich glaube, ein Unterschied ist, dass wir überwiegend Neuware haben und das ist auch mit einer der Gründe, warum wir in der Hanseplatte auch Bücher haben, DVDs haben, Textilien haben, weil wir darüber dann halt eine Mischkalkulation irgendwie machen können. Und halt diese Marge, die wir jetzt nicht haben, weil wir gebrauchte Platten günstig einkaufen, damit wieder wegmachen können. Genau. Das haben wir leider auch nicht, weil die Sachen, die wir Secondhand brauchen, halt auch teuer sind. Also weil ich habe Soul und afrikanische Sachen, das kriege ich auch nicht für 30 Cent. Ja. So, ne, Secondhand und so. Also das, genau. Aber so muss man es halt machen, ne, versuchen irgendwie da so, ich habe jetzt einfach in meinem Laden, ich habe jetzt noch die Küche untervermietet. Ja. Als Büroplatz an jemanden, ne, also um dann jetzt einfach auch ein bisschen die Miete nochmal so ein bisschen zu... Ja, ist das dann auch, wie kann man das so ein bisschen, Gentrifizierung, das ist ja auch so, überall für Clublandschaften Thema, aber auch für Plattenläden. Weil einerseits kommen ja Leute, die haben dann Kohle und kaufen vielleicht Platten, andererseits kommen die Leute und verdrängen auch wieder und dann verändert sich mit der Zeit der Kiez und es wird schwieriger, sich dort irgendwie zu halten, auch gerade mit Mietpreisen und sowas. Also wir haben, also wir haben, glaube ich, tatsächlich jetzt, muss ich sagen, im Vergleich, weißt du, wenn ich jetzt gucke auf die, aufs Schulterblatt oder auf das Schanzenviertel, dann sind wir, glaube ich, noch ganz, ist es hier noch ganz okay. Aber manchmal denke ich halt, weißt du, ich gucke immer so auf den Bunker und auf den Aufbau, weißt du, dann denke ich, stelle ich mir vor, wie sie dann da oben stehen und sagen, guck mal, was für ein süßes Viertel, das kaufe ich meiner 18-Jährigen. Weißt du, das ist so, das ist auf eine Art, muss man schon auch sagen, wahrscheinlich auch in ein paar Jahren dann auch verschwunden, weil dann, oder gut, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, wie Politik bestimmte Sachen betrachtet. Also wir wissen nicht, ob in Hamburg in Zukunft nur noch Musical, Harley Days, Schlagermove und die Elbphilharmonie interessant sind oder ob da jemand ist und sagt, so eine Stadt lebt, auch wenn es Clubs, Bars, Cafés, Plattenläden und sowas gibt. Also was wollen wir werden als Stadt? Das ist dann ja die Frage dann auch vielleicht. Ihr habt seid ja auch, Hanseplatte macht ja auch Konzerte so, ein paar pro Jahr irgendwie, was heißt ein paar, aber gar nicht mal so ganz wenig dann. Also wenn 30 mal im Raum stand, ist das ja dann schon, minimum zwei im Monat oder so. Ja, zwei bis drei im Monat halt dann mit so einem Raum. Wie läuft das hier dann so, macht den Laden frei, schiebt die Platten auf die Seite und dann ist hier so. Genauso läuft das, wir haben so eine PA oben im Büro, das zeige ich euch jetzt nicht. Ja, ja. Genau und dann, also es sind dann überwiegend kleine Konzerte, weil halt im Laden ist es begrenzt, hier passen irgendwie 50 Leute rein und dann ist gut. Aber ja, ich vermisse das total, weil ich hier ja auch die Ausbildung gemacht habe zur Veranstaltungskauffrau. Und das natürlich auch, also was wir vorhin angesprochen haben, irgendwie ein großer Punkt ist dadurch, dass du dann halt die Musiker hast und da versammeln sich natürlich auch die Musikinteressierten aus Hamburg. Also hat man nochmal irgendwie eine andere Funktion als Laden und das natürlich überwiegend Release-Konzerte sind. Das ist auch immer schön. Oder die Bands spielen dann bei uns, bevor sie dann irgendwie im Molotow spielen. Ja, und das gerade auch schon für eine regionale, überregionale Nummer dann eher so, oder? Überwiegend natürlich regional, also es muss immer ein bisschen so einen Bezug geben zum Laden. Aber natürlich gab es da auch, oder gibt es da auch Ausnahmen, weil es auch zum Beispiel, sind wir sehr eng verbandelt mit dem Staatsakt-Label und darüber, also aus Berlin, darüber funktioniert natürlich auch viel. Dann kommen dann Berliner Künstler gerne hier dann vorbei für so kleinere Nummern oder? Ob die Leute jetzt für die Konzerte extra anreisen, das bezweifle ich, außer es ist halt ein Release-Konzert, da haben die Leute natürlich dann Bock drauf, ja. Okay, weil ihr beide auch so meintet, es kommen halt Leute direkt in die Stadt, gucken sich Plattenlehnen und checken das ganz gezielt aus. Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es für die Konzerte in der Hanseplatte ist, aber ja generell für Konzerte auf jeden Fall. Nein, wir haben das auch, also wir sind ja nicht regional begrenzt, aber wir haben, die Künstler kommen dann tatsächlich von überall her, die, genau, mit ja entweder ihre Release-Partys oder, also wir machen das ja auch, wir haben ja auch so eine ganze Zeit, hatten wir so eine Art Podcast, was ja jetzt nicht so wirklich ist, aber eine Kiste Platten, eine Kiste Bier mit dir. Ja, stimmt, habe ich gesehen, ja, genau. Wo wir dann halt, genau, dann haben wir halt einen Gast und ein Thema und dann kommt halt auch Publikum und dann trinken wir Bier und man redet über eine bestimmte Sache und so. Das wollen wir jetzt auch wieder einsetzen. Die letzte Folge ist aber auch schon ein paar Monate alt oder sowas, ne? Ja, na ja, klar, wir haben es ja dann auch gar nicht mehr gemacht und das hat auch mein Kollege gemacht, der jetzt nach München gezogen ist. Ja. Und genau, da muss ich mich nochmal wieder neu aufstellen. Aber das war auch immer sowas, das ist genau dieses, ne, dass man so zusammenkommt, also gemeinsam Musik hört, sich kennenlernt. Und dieses, was du, dass Leute sich so kennenlernen oder auch Künstler sich kennenlernen. Einen Austausch, ja. Wie denkt ihr so vielleicht auch so als so, nicht abschließende Frage, aber so als ein Punkt, so aktuelle Musik in Hamburg, ist hier eine gute Möglichkeit, dass neuer Scheiß passiert, dass Bands an den Start kommen, Projekte an den Start kommen und dass die ganze Kulturlandschaft in der Musikszene so ist, dass es ermöglicht, dass hier richtig was geht. Weil eigentlich heißt es immer, Hamburg Musikhauptstadt, irgendwie größte Clubdichte, massive Plattenladendichte auf engem Raum so. Passiert da viel oder wie schätzt ihr das so ein aus eurer Sichtweise? Jetzt im Moment oder dann in Zukunft, meinst du? Was so die letzten paar Jahre auch war oder wie sich das entwickeln kann so, ja? Ja, also das war total da und ist total da und das Potenzial ist ja auch total da. Die Künstler sind da, es ist alles da, die Clubs sind da, also die Orte, wo man das weitertragen kann, sind da, die kleinen Labels sind da, es ist ja alles da. Ja. Die Frage wird jetzt sein, was wird davon überstehen, ne? Ja, also wenn es dann das Molotow, das Knust, blablabla nicht mehr gibt, dann wird's, dann ist es vorbei, ne? Also das ist... Und dass man dann so leicht, dass man, also dieser Vergleich zu sagen, so okay, Berlin ist halt so und dann die Deutschlands große Metropole, wo so richtig viel geht dann auch, weil es einfach viel mehr Leute sind und viel mehr Fläche so. Da fühlt sich das hier ja vor allem, weil das meiste passiert ja so auf dem inneren Sektor Hamburgs irgendwie so. Ja, das stimmt. Also westlich, also ein bisschen auch nach Osten rüber so. In Wilhelmsburg gibt es, glaube ich, keine einzige Konzertlocation, außer die Schute zum Beispiel so noch. Auch ein kleiner Laden dann, das heißt, sehr konzentriert. Außenbezirke, kennt ihr da irgendwas? Weit draußen? Ist da was? Stellwerke. Stellwerke in Hamburg hatten wir. Aber was, wie heißt das immer das in Bahnenberg? Da gab es doch auch immer was. Aber das tatsächlich, da war ich vor, keine Ahnung, 30 Jahren. Ist das Birdland nicht Richtung Bahnenberg so allmählich? Ich möchte da jetzt nicht mehr aufgeschlippt. Nee, das Birdland ist in hohe Luft. Ja, steht ja. Eins, genau, ja. Also klar, es gibt so ein paar Sachen, habe ich immer gedacht, es gibt keinen richtigen Jazzclub in Hamburg, also keinen modernen Jazzclub. Aber es gibt, keine Ahnung, die Rocketman-Jungs, die machen dann ihre Konzerte in einem Techno-Club, einmal im Monat. Also diese, was, glaube ich, in Hamburg toll ist, also, klar, Berlin ist groß. Und es passiert viel, viel mehr. Und musikalisch ist es auch viel weiter aufgestellt. Aber was, glaube ich, in Hamburg ist, dass du die Leute, die sich interessieren für bestimmte Sachen, die siehst du überall. Das ist eigentlich total schön. In Berlin habe ich manchmal das Gefühl, die Leute bewegen sich so in ihrer Blase. Und in Hamburg siehst du die Leute aber im Knus und du siehst die im Mojo und im Molotov. Also die Leute sind unterwegs, weil es ist dann vielleicht, hat es auch damit zu tun, dass es dann am Ende nicht so wahnsinnig viel gibt. Und nicht so, wenn du nach Berlin kommst, dann gibt es halt, sagen wir, tausend Konzerte am Abend und hier gibt es nur zwölf oder so. Aber dann geht man halt auf eins von denen. Und das finde ich eigentlich auch total schön. Ich mag es irgendwie auch. Wenn ihr mal wieder Bock habt, ich habe hier, das ist auch eine Einladung quasi, wenn wir irgendwann wieder offen haben, könnt ihr ja vorbeikommen. Ja, voll gut. Und für die Zwischenzeit könnt ihr trotzdem auch schon ein Bierchen trinken, was extra mit Zeug von uns drauf soll. Wir hatten das mal bekommen, war jetzt so eine Aktion bei Wildwuchs. Das gibt es, glaube ich, von fast allen Clubs hier in Hamburg. Genau, und ansonsten vielen Dank für den Einblick da in Hanseplatte in Groove City. Gerne. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, euch auch. Und dann bis dann. Bis dann. Ich wünsche euch alles Gute. 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 und Richard von Schulenburg und von der Schulenburg, Entschuldige. Mit den Abkürzungen und den Längen der Namen und Titeln haben wir einige Stellen später sicher noch. Ja, ich darf mit euch jetzt mich ein bisschen unterhalten, bevor du dann spielst und nach eurem Konzert, danke dafür schon mal, Maria, und danke an die ganzen Sir Bradleys, für die du jetzt stellvertretend hier sitzt, zu sechst, wäre es bei uns jetzt ein bisschen eng. Ja, wir wollten uns ein bisschen unterhalten mit euch, übers Spielen, übers Musikmachen gerade, aber bei dir geht es ja auch schon auf eine ganz schön lange Erfahrungsreihe zurück. Seit den 80er Jahren bist du im Jazzbereich auf der Bühne und ich wollte, stimmt, stimmt nicht? Naja, Jazz war das nicht, mit dem wir angefangen haben. Das wäre schon gleich der Punkt, was hat sich geändert? Also es hat gar nicht mit Jazz begonnen? Nee, die Stilistik hat sich in den ganzen Jahren immer mal wieder geändert. Aber drei Leute aus eurer Band, die ihr jetzt zusammen gespielt habt, die kennst du schon von Anfang an so? Genau, Schlagzeug, Saxophon und ich, wir hatten so eine Avantgarde-Pop-Rockband und da haben wir uns kennengelernt in Berlin, genau in den 80ern und haben da den Senat gerockt. Und das hat sich zusammengefädelt. War das dann schon Seven Kicks the Can? Genau, Seven Kicks the Can. Und wir haben uns irgendwie nie aus den Augen verloren, aber haben sehr unterschiedliche Wege, sind sehr unterschiedliche Wege gegangen und irgendwie witzig, aber dann bin ich auch irgendwann mal beim Jazz gelandet, sehr inspiriert durch die Saxophonistin, die immer schon beim Jazz war. Und genau, und dann haben wir festgestellt, oh Mensch, Annette, die hat eigentlich auch Lust auf sowas. Also fragen wir. Ja, und jetzt bist du als Bassistin in der Band und für Kompositionen zuständig. Du hast ja vorhin schon gesagt in deiner Zwischenmoderation, das Stück wollte nicht ankommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das? Du setzt was auf und bringst es in die Band und dann wird verhandelt, was wie darf. Ich höre schon Kichern im Hintergrund. Naja, da gibt es auch dann jeweils unterschiedliche Geschichten, aber es ist auch so, dass man natürlich, wenn man so eine Anmoderation macht, versuche ich auch so ein bisschen in eine Stimmung, die Leute in eine Stimmung zu bringen für das nächste Stück. Und das war zwar schon so bei Moki Choki, dass das immer nicht so gerne gespielt wurde, aber wenn ich da gesagt hätte, so, das wird jetzt gespielt, dann, aber die Geschichte ist einfach sehr schön. Ja. Und genau. Naja, und ich finde, also ich finde es auch sympathisch zu hören, dass es nicht so ist, dass du als Zirkusdemptörin ankommst und alle studieren ein, was du sagst, sondern dass man zwischendurch auch mal noch ausprobiert zusammen oder? Ja klar, also heute Abend haben wir ganz schön viel probiert, ehrlich gesagt. Überraschend für jeden von uns und das ist ja aber auch das Geile am Jazz. Also da muss man gucken, was passiert jetzt. Also ich kann da zwar ankommen mit Mordsnoten und so, die müssen dann aber auch erstmal so abgefechpert werden und das wird dann auch gemacht, aber danach muss man gucken, was passiert. Ja. Richard und ich haben beide schon gefragt, Sir Bradley, woher kommt der Name? Ist eine Geschichte dahinter? Natürlich ist da eine Geschichte dahinter und zwar eine sehr, sehr schöne Geschichte. Für mich persönlich, ich glaube, die anderen finden den Namen gar nicht so toll. Ich bin ja so eine leidenschaftliche Radfahrerin. Also ich muss dazu sagen, die Geschichte dauert sehr lange, aber ich kann ja mal anfangen und ich habe dir gesagt, du kannst mich unterbrechen. Ich bin eine leidenschaftliche Radfahrerin und als solche auch oft in Mallorca und in Pässen und so unterwegs und nach sechs Wochen war ich sehr trainiert und bin wirklich super gut diese ganzen Pässe hochgekommen. Und mein letzter Tag, also meine Freundin hat schon das Fahrrad eingepackt und ich habe gesagt, ich gehe nochmal auf den einen Pass, Palma Pass. Und was heißt gehen? Ich rase da nochmal hoch und dann bin ich so in der, es hat 30 Kehren und in der 29. Kehre, wo ich dachte, also das ist jetzt richtig der Hammer, was du hier gerade fährst, da höre ich hinter mir so ein Rennrad im Leerlauf. Da denke ich, hallo, im Leerlauf, hier, so steil. Und sofort düst einer an mir vorbei, im Leerlauf. Ich habe gestrampelt, ohne Ende. So, und dann haben wir noch eine Kurve zusammen gehabt, beziehungsweise er hat die vor mir genommen. Und dann auf den Pass steige ich ab, er ist auch ausgestiegen. Ich gucke den an und denke, sag mal, das gibt es doch gar nicht. Sir Bradley, das ist ja Bradley Higgins, der Tour de France Gewinner 2012. Ups. Und, ähm, also, sowas ist ein Hammer, ja? Also, ich weiß gar nicht, welchem Bassisten ich begegnen müsste, um so ein Gefühl zu kriegen, wie, ähm, wie auf diesem Pass. Naja, wir haben uns freundlich verneigt, ähm, dann ist er weitergefahren, sein Trainingswagen kam, hat mir dann Informationen gegeben, weil ich habe gefragt, was macht der hier? Ist doch gerade Tour de France, ja, der hatte sich verletzt in dem Jahr und konnte da nicht mit, aber war schon wieder richtig im Futter. Und, ähm, genau. Und da war ich so euphorisiert nach diesem Erlebnis, dass ich, ähm, auf der Rückfahrt schon gedacht habe, Mann, 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 da musst du was mitmachen. Ich hatte nichts dabei, kein Handy, nix zum Schreiben, kein Autogramm, nix. Und dann dachte ich, okay, was mache ich? Im Herbst fing ich an, über dieses Projekt nachzudenken und dann dachte ich, okay, das heißt Sir Bradley. Als eine Person, die mich da auf dem, auf dem Pass so dermaßen inspiriert hat, ähm, habe ich gedacht, das muss irgendwie bleiben. Genau. Und diese Power, die nehmen wir jetzt immer mit ins Konzert. Ich dachte mir auch, das ist vielleicht was Verbindendes, dass es schon auch ums Rhythmus und Pushen geht vom Radfahren und dem Spielen. Genau. Durchhalten. Ähm, ansonsten, äh, wie funktioniert das mit dem Komponieren? Ähm, ist jetzt da ja, es waren ein paar, äh, eigentlich kann man sagen, die Band ist fast gewidmet, oder das Projekt, sagst du ja auch schon, äh, der, der Person, die dich überholt hat oder vielleicht dann noch mitgenommen, motiviert hat für das letzte Stück. Ähm, ja, auf, was, was sind Einflüsse bei dir beim Komponieren? Einflüsse ist natürlich, also ich habe ja eine, eine, schon eine längere Geschichte als ihr zusammen. Ja. Und, ähm, da begegnet man halt ganz vielen Musikstilen. Und, ähm, bei mir ist es immer so, so wie ich irgendeine Musik spiele, finde ich die geil, finde ich die super. Und, ähm. Weil, weil du sie spielst? Nee, weil, 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 weil ich dann zusammenklinge mit anderen, also nicht alleine, als Bassist, ähm, also das ist nicht die Rolle, wo ich mich alleine sehe. Und, ähm, so wie die anderen um mich rum sind, ähm, können wir spielen, ist mir egal, ehrlich gesagt. Hauptsache, wir spielen zusammen und klingen zusammen. Und von daher, ähm, die, die Inspirationen für Kompositionen, die kommen von sehr vielen verschiedenen Stilen. Das hört man ja auch, also da waren jetzt auch sehr unterschiedliche Sachen. Und dann ist beim Komponieren so, da ist man natürlich, also da bin ich schon erstmal alleine, das finde ich auch schön. Und, ähm, manchmal hat, ist es tatsächlich so, dass man eine Melodie hat. Also bei Saar Poplar zum Beispiel, da waren wir auf dem Jazz-Festival in Saar Poplar, das ist eine Stadt in Mallorca, auch in der Mitte, die haben sehr schöne Jazz-Festivals. Und da hat Elian Elias gespielt, ähm, sehr dufte am Piano und so, Latin-Zeug. Und dann bin ich zurück nach dem Auftritt, ähm, im Zelt und dann denke ich, Mann, ey, da musst du was schreiben, ja. Also irgendwas muss da gehen. Und dann kommt sowas, wie Saar Poplar. Das kam einfach so. Beim Silbersee zum Beispiel ist es so, da hatte ich, ähm, da wollte ich einfach nur mit Zahlen was machen. Und das Ding ist, das fängt halt sehr, ähm, also dieses Posaunenthema da, das... Okay. Das ist, äh, keine Angst, unser Feueralarm, der vermutlich... Aus keinen dramatischen Gründen, Neuss ist immer anwesend auf der Stubnitz, von daher... Felix rennt schon. Soll ich jetzt einfach weiterreden? Vermutlich hört man dich nur abgehackt. Ich muss immer dazwischenreden. Ja. Der minimale Slapstick. Habt ihr denn bei Silbersee da mal nachgedacht, Tour de France zu covern, von Kraftwerk als Jazz-Station? Und Idee, ne? Gute Idee. Super. Wir sind, wir sind befreit. Also auch das Beste natürlich, wenn die ganze Crew eingespannt ist, hier unten, und niemand kann den Feueralarm checken und ausmachen. Okay, okay, also sehr unterschiedliche Sachen, da ging es um ein Zahlenspiel eigentlich erst mal. Und dann kommt eins zum anderen, weil ich bin ja nicht nur Zahl, sind Zahlen. Und, ähm, genau, in der Musik haben wir sehr viel, ähm, können wir sehr viel mit Zahlenverhältnissen arbeiten. Und da habe ich eben versucht, so was zu machen, so eine Konstruktion. Und dann, ähm, ufert es aber dann aus, das ändert sich dann auch. Zum Beispiel, ähm, haben wir dann Katharina Butari dabei gehabt, äh, dazu geholt, ähm, für eine Sache. Und dann, dann macht die den Mund auf und, und, und spielt da über, äh, singt, ähm, Texte, Worte erst mal über diesen einen Part. Das war so gar nicht vorgesehen in, in diesem Stück. Und dann denken wir alle, Hammer, da kommt jetzt ja noch mal was, ja. Und, ja, also manchmal, ähm, sind die, sind Vorgaben da, aber die werden dann auch erweitert. Ja. Die können erweitert werden, das finde ich dann immer richtig klasse. Also genau das, was jetzt wahrscheinlich ziemlich schwierig ist, das gemeinsame Spielen, einen Moment zusammen haben, wo sich alles entwickeln kann, ist auch immer noch so der lebendige Part bei euch auch beim Spielen. Und ihr spielt manchmal zu viert, manchmal zu sechst, das war, und in unterschiedlichen Konstellationen auch. Was vielleicht auch noch mal rantreibt dann, ne? Naja, wir haben, wir haben zu viert angefangen und dann hatten wir, ähm, Gäste, die zwei, also die, die Katharina und Sonja an der Amphosaune, die heute nicht kann. Und, ähm, und wie das so mit Gästen ist, die bleiben dann. Das im besten Fall, oder kommen auf jeden Fall wieder. Genau. Das Gleiche gilt natürlich hoffentlich auch für euch. Ihr hättet eigentlich auch mit Publikum spielen sollen im Herbst, als wir eine Zeit lang offen hatten. Das hat leider nicht funktioniert so, zumindest jetzt erstmal so, die Frage von, genau, wann hast du denn eigentlich das jetzt mal live gespielt? Das war so, als ihr beide hier nebeneinander Platz genommen habt, bisschen so der, ja, schön dich zu sehen, aber in anderen Formen. Ja, jetzt die Frage an dich, Richard, vielleicht, wann war denn dein letzter Auftritt? Genau, also, ähm, Solo-Auftritt war tatsächlich im Sommer, im Juli, Ende Juli war das, im Fleet Street Theater und das war dann so drei Konzerte a 30 Minuten vor jeweils acht Leuten. Und das war schon sehr interessant aus dem Grunde, weil es so intensiv war, weil eigentlich habe ich oft Konzerte gegeben und es hat eigentlich immer nur die Hälfte interessiert und die andere Hälfte hat gelabert. Und in diesem Fall waren diese acht Leute so konfrontiert, dass die zugehört haben, also das war eben sehr intensiv, aber es war natürlich auch komisch, dann ist das Konzert vorbei und hört man so, also so in der Richtung, also natürlich ein bisschen mehr oder so. Vielleicht war das Konzert auch nicht gut in dem Fall, aber es waren halt einfach nur acht Leute und so und ich glaube, das ist dann irgendwie, ja. Ja, die können. Es ist, naja, natürlich trotzdem, ich fand das toll, dass es überhaupt stattgefunden hat und es war echt toll. Also, war ein tolles Erlebnis. Du bist sonst ja regelmäßig im Pudel als Resident-DJ. Genau, ich lege eigentlich auch auf, deswegen, das ist halt so der, ich finde, das ist halt so der komplette, also ich krass finde, der komplette Club-Lockdown seit März. Und ich habe auch seitdem tatsächlich auch viele Bekannte und Freunde auch gar nicht mehr gesehen aus dem Pudelumfeld. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussehen, also oder wie die jetzt aussehen, also das ist schon völlig verrückt. Und das ist eigentlich sehr traurig und das geht auch sehr, und wie man jetzt sieht, wie langsam hier das fortschreitet mit Impfen und so und den Ganzen wird das halt einfach länger. Also die Clubs werden wirklich als allerletztes aufmachen und das ist schon katastrophal, weil dann werden natürlich irgendwann wieder illegale Raves stattfinden. Dann wird alles ein bisschen, wie soll man sagen, gesundheitsgefährdender vielleicht. Also, ja, das fehlt mir einfach natürlich auch total. Und dann, ja, habe ich hoffentlich beantwortet. Ja, also auf jeden Fall meine Frage, die ich gestellt hatte, in Bezug auf dein Album, wie viel Heimweh in den Pudel steckt. Aber das ist ja vielleicht auch schon, es fallen vielen Sachen weg, aber du warst auf jeden Fall produktiv 2020 und hast jetzt dein neues Album Moods and Dances. Genau, beziehungsweise habe ich schon zwei andere Alben fertig, also wenn man halt alleine arbeitet, dann und auch. Du hast drei Alben gemacht letztes Jahr. Nee, ich habe sie einfach nur fertig, aber sie sind nicht veröffentlicht. Also ein Album ist veröffentlicht, genau. Und bei den anderen, ja genau, die... Die warten jetzt. Vielleicht werden die auch veröffentlicht oder man muss es dann selbst rausbringen. Auf jeden Fall, genau, das ist so ein Album, was ich aber auch schon ein bisschen vor dem Lockdown angefangen habe. Und das war, ist ein komplettes, ich sage mal so, solo produziertes Album. Und deswegen live auch immer interessant, weil eigentlich habe ich das gar nicht für live gedacht. Und das ist auch das Problem überhaupt beim Solospielen. Ich spiele eigentlich live immer lieber mit anderen zusammen. Ja. Genau. Wenn man durch deine Titel geht, dann kommt da auch schon, ja eigentlich die ganze Gerätepalette auf. Ja, ach so, ja, das ist zufällig passiert. Das hatte ich dann, ich bin so schlecht mit Titeln und dann dachte ich, ja wie nenne ich das denn? Und dann habe ich aber auch so eine Idee gehabt, weil das waren so spezielle Geräte. Ich werde das auch gleich demonstrieren. Eins davon habe ich dabei oder zwei. Und das ist im Grunde so, dachte ich, dann widme ich denen das irgendwie oder beziehe die ein, weil das sind jetzt so meine Spielpartner. Ich habe keine, kann ich mit Bandleuten Musik machen, sondern habe diese Geräte jetzt einfach vor mir. Ja. Ich finde die aber auch toll, ich bin damit auch glücklich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es, ich habe sonst auch in der Band manchmal Probleme gehabt. Nein, also das gehört dazu, das ist auch toll, die Probleme und diese Konflikte, die man auch in der Band haben kann. Aber jetzt habe ich halt diese Geräte, die machen auch Probleme. Ja, ja. Also die gehen kaputt und nerven, begrenzen auch. Aber das ist auch toll. Also ich bin da mal ganz zufrieden, was das angeht. Ich bin trotzdem sehr unzufrieden halt einfach, dass man nicht rausgehen kann, wie man möchte. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen drin, so eine etwas melancholische oder eine Sehnsucht ist da vielleicht drin, so vom Reisen oder wo man hin möchte. Ja, also ich würde es auch gar nicht so negativ ansetzen. Zumindest hat es mich nicht negativ gestimmt, sondern aber eher auch so in so gute Erinnerungen. Und ja, in dem einen Video, das ich auch gefunden habe, ist ja dann auch eine Collage aus verschiedensten Postkarten, wo dann auch so Menschenmassen am Strand und so die Sehnsüchte, die aber alle eigentlich auch wohlwissend irgendwie aufgehoben sind in einem drin. Und die teilst du ganz toll in dem Album. Und da freue ich mich total, dass wir davon heute was abbekommen. Du warst ja bei uns auch Ende des Jahres schon beim Chaos Trawler auch kurz mit dabei. Stimmt, das ist ja auch ein Auftritt, den habe ich richtig vergessen, weil das ein Stream war. Das war das, ich denke noch mal, was mit dem Publikum war. Und das war dann völlig, das ging für mich so durch, das war ja vor Weihnachten. Und dann bin ich ja auch eingesprungen, mehr oder weniger. Und dann war das so ganz schnell was gemacht. Es war keine Fangfrage, keine Angst, wann du das letzte Mal gespielt hast. Aber ich glaube, das hatten wir ja gerade auch, also wie so das Echo ist. Es haben sich jetzt so die wenigen Bandmitglieder und Menschen, die jetzt heute da sein dürfen, versammelt. Ich glaube, wir freuen uns alle schon sehr auf dein Konzert später. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr da seid, dass ihr heute gespielt habt, alle zusammen. Und genau, ja, wir sind auch gut versorgt noch mit unserem Spendenbier. Auch das Wildwuchs hat eine Edition rausgebracht für alle möglichen Clubs. Wir sind mit dabei als Emelst Stubnitz. Das Beste wäre natürlich, wenn wir jetzt noch eine Bar hätten und alle gemeinsam noch einen schönen Abend verbringen können. Aber wir machen heute die Mini-Version. Vielen Dank für dieses kurze Gespräch und ja, wir freuen uns auf deinen Auftritt gleich. Dankeschön. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, nein, ganz so ist es nicht, aber wir liegen natürlich längsseits an der Pier hier in Hamburg und das ganze Ruderanlage ist natürlich ausgeschaltet. So ein Schiff ist natürlich nicht mehr so mit einem Ruder wie gleich mit einer Ruderpinne eines Ruderbootes zu vergleichen oder so, sondern hier brauchen wir eine Maschine für, die dieses riesenschwere, tonnenschwere Ruder bewegt. Diese Rudermaschine ist am Heck des Schiffes untergebracht und ist faktisch elektronisch hier mit diesem Steuerstand verbunden. Wieder kann ich auch wiederum sagen, dieser Steuerstand ist noch original von 1963, wo das Schiff gebaut worden ist, im originalen Zustand. Hier sieht man auch noch die Firma, die das hergestellt hat, RFT. Das ist also eine Firma in Berlin, die also hier diese Geschichten hergestellt hat. Und das Beeindruckende dieser Technik ist eben, dass sie sich einmal im Wesentlichen nicht groß geändert hat. Also auf modernen Schiffen findet man das auch noch, dass man hier die Rudermaschine von so einem Steuerstand aus bedient wird. Also die Zeit der großen Rudergeschichten, so Segelschiffen, und das ist natürlich vorbei. 1963 hat man das Schiff hier schon mit diesem kleinen Ruder hier bewegt. Der Rudergänger, meistens ein erfahrener Seemann, der stand dann hier und hat dann im Prinzip vom Kapitän oder dem entsprechenden Nautiker das Ruderkommando oder dem Befehl zum Halten des Kurses erhalten. Und dann, ich hatte das ja beim, vielleicht kann man sich noch erinnern, gesagt, also hier sieht man eine Kreiseltochter, der Mutterkompass. Der Kreiselkompass, das ist die Mutter. Genau, das ist die Kreiselmutter und die ist die Kreiseltochter. Und so, dass der Rudergänger, wenn er den Kursbefehl hat auf einem freien Seeraum, wird er nach Kreiselkompass gesteuert, kann er hier sozusagen den Kurs entsprechend steuern. Und die Ruderlagen sieht er zum einen mal hier, hat er eine Ruderlage anzeigen. Das heißt, jetzt würde ich jetzt 25 Grad nach Steuerbord gehen. Das Ruder würde jetzt sozusagen 25 Grad nach Steuerbord. Das Schiff würde in diese Richtung fahren. Also sozusagen, steuern nach rechts, geht nach rechts. An Bord heißt es natürlich Steuerbord und Backbord, das ist ganz klar. Dann würde er dann an diesem Ruderlagen anzeigen, dort oben sehen, dass also da würde dann sozusagen das Ruder dann langsam durch die Rudermaschine in diese Ruderlage gebracht werden. Das passiert natürlich nicht sofort, weil ein tonnenschweres Teil muss natürlich mit einer Maschine bewegt werden. Also hier wird das vorgegeben, sozusagen der Sollgeber. Und an dieser Anzeige dort kann man sehen, ob das Ruder dann auch wirklich in dieser Lage ist. Und dann merkt der Rudergänger natürlich, wie das Schiff dann aus dem Ruder läuft und kann dann entsprechend reagieren. Ist natürlich nicht so wie beim Autofahren. Ich fahre nach links und nach rechts, sondern so ein Schiff ist natürlich schwer. Er braucht eine Weile, bevor es reagiert, gehört ein bisschen Erfahrung dazu, so ein Schiff zu steuern. Also das ist sozusagen hier das Steuerrad des Schiffes. Was man 1963 schon gemacht hat, also man hatte hier auch schon ein automatisches Steuer eingebaut. Es gibt also schon diese Option des Selbststeuers. Das hat man also mit diesem kleinen, neckischen Meer, hatte man also hier, konnte man hier durch die Lupe, wenn du hier mal reinschaust, siehst du also die Vorgabe, siehst du das? Ja, 108. 108, genau, richtig. Hier wurde sozusagen eingestellt, wie das Schiff zu steuern hat. So von wegen 108 Grad liegt an und so was. Genau. Und dann würde er sozusagen automatisch diese 108 Grad halten. Und jetzt habe ich hier diesen schönen Schalter hier, steht Gieren drauf. Das heißt, er hat nicht gierisch Durst nach Bier oder so, sondern Gieren bezeichnet beim Schiff, also den Willen des Schiffes, sage ich mal so, sich immer sozusagen in die Welle hineinzuschmiegen. Wenn es ein Wellengang ist, würde das Schiff sozusagen aufgrund dieser Bewegung, die es durch die Welle gemacht hat, würde dann herumgieren. Und dieses Gieren, da kann man eine Dämpfung einschalten. Das funktioniert tatsächlich so, wie in der modernen Mathematik, dass also hier so Schwingungen um den Kurs herum sind, damit das Schiff nicht weder Welle, sondern nur jede zweite oder dritte. Ganz simple Differenzialrechnung, hat man damals schon gewusst. Also na gut, 1963 ist ja noch nicht so lange her. Ja, ganz so damals ist es auch nicht. Aber trotzdem schon beeindruckend, so was hier einfach mit Transistoren und ähnlichen elektronischen einzufügen, weil heute macht man das natürlich mit der modernen Rechentechnik, solche Dinge. Aber damals war das eben auch schon möglich. Also total interessant. Hier hat man etwas, was der modernen Zeit geschuldet wird und den modernen Anforderungen. Wie gesagt, das Schiff Stubnitz ist ja vollwertig fahrtfähig als Frachtschiff. Also ich könnte sofort hier alles in Gang setzen und mit diesem Schiff vollwertig zur See fahren. Alle dafür erforderlichen Genehmigungen hat das Schiff. Also das Schiff kann vollwertig zur See fahren und es gibt natürlich Anforderungen aus der modernen Seefahrt, die hier natürlich sich wiederfinden müssen. In diesem historischen Teil, in diesen historischen Ausrüstungen, die hier existieren. Und da muss man natürlich im Hinblick auf die moderne Navigation Kompromisse eingehen. Und das ist so ein kleiner Kompromiss, das ist so ein sogenannter Todmann-Knopf. Das heißt, es ist ein Knopf, wie der Name schon sagt, kennt man vielleicht vom Schienenverkehr, wo also nach bestimmten Zeiten hier ein Signal ertönt und der Rudergänger nicht im Tiefschlaf hier irgendwo da zusammengesackt ist oder so. Und er das immer, dieses Signal bestätigen muss, damit also klar ist, dass er hier auf dem sozusagen fit ist, das Schiff auch weiterhin zu steuern. Der Mensch, der hier steht, muss alle paar Minuten quittieren, dass er am Start ist. Ja, leider. Also es ist ein bisschen sinnfrei, weil natürlich so ein Schiff nicht, also die modernen Schiffe wären natürlich alleine, da ist ein Nautiker alleine auf der Brücke und das Schiff wird durch viele automatische, durch viele automatische Unterstützungen alleine, ist alleine, selbst die ganz großen Schiffe, die großen Containerschiffe sind alleine zu steuern und zu fahren. Das ist natürlich bei der Stuttnitz nicht so. Hier hat man einen Nautiker und einen Rudergänger und der Nautiker wird schon sehen, wenn der Rudergänger da zusammensackt, weil er gestern Abend einen zu viel getrunken hat oder warum auch immer. Ja gut, ich weiß, Stuttnitz, da wird kein Alkohol ausgeschenkt. Das ist gar nicht so. Ja, genau. Aber auch in einer normalen Seefahrt war das hier ein völlig trockenes Schiff, ist ganz klar, das weiß jeder. Ja, so ist das auch im Schiff. Ja, immer, genau. Genau, das versteht auch jeder. Das glaubt uns auch jeder. Nein, nein, das ist ganz klar. Also das ist, aber das sind so Anforderungen, die technisch von der, von den entsprechenden Instanzen vorgeschrieben sind und solchen Anforderungen muss man gerecht werden. Genau, aber hier, auch wie bei den anderen Gerätschaften so, kannst du rangehen und eigentlich durchstarten und hast jetzt nicht den riesen Nachteil gegenüber irgendwelchen neuen Systemen oder sowas. Naja, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, also grundsätzlich hat sich an dieser technischen Umsetzung dieser Anlagen eigentlich nicht viel geändert. Es ist natürlich alles viel komfortabler geworden. Die, auf den modernen Schiffen von dieser Größe, die hätten natürlich so einen schönen Pilotensitz, könnte man dann schön entweder so steuern halt. Aber grundsätzlich hat sich da nicht groß was geändert. Man hat also hier eine Vorgabe. In der Rudermaschine wird die entsprechende Ruderlage umgesetzt. Ich habe hier einen Richtungseinzeiger hier mit der Tochter des Kreises, sodass ich also sozusagen nach Gradzahlen steuern kann auf der See, wenn ich jetzt hier nicht irgendwo bin. Also alles ist da, automatisches Steuer im Prinzip und zur Kurshaltung, wenn nicht ständig einer hier stehen muss. Und hier ist so besser halt bei Wellen, wenn man dritt. Ja, das Schiff bewegt sich. Ja, ja. Ja, das ist nicht so wie im Hafen hier. Nee, nee. So ein Schiff, das gerade so, ich sage mal, diese Schiffe sind ja gebaut worden. Die waren ja teilweise im Nordatlantik unterwegs. Bei schwerer See haben die gefischt oder die Stubnitz hat ja weniger selber gefischt und dann faktisch die Netze übernommen und gefrostet, reingezogen, gefrostet und dann eben entsprechend dann zur Verarbeitung gebracht. Aber diese Bedingungen, unter denen die Fischer damals navigieren mussten und die Schiffe gefahren haben, die waren natürlich immer schon ziemlich rau. In Nordatlantik, da kann schon mal richtig Seegang sein. Das war schon eine richtig gute Seemannschaft, was sie gemacht haben. Das muss man sagen, da muss man den Hut vorziehen. Sicherlich heutzutage, die Fischer haben ähnliche Bedingungen, auch wenn sie Schiffe modern sind. Also die See bleibt gleich und der Seegang natürlich auch. Also insofern ist klar. Und damit man hier nicht durch die Gegend marschiert, kann man sich hier schön festhalten. Ja, apropos, wo muss die Stubnitz denn hin? Da vorne ist noch so ein Gehölzschacht mit Zahlen drauf irgendwie so. Das hat das auch, ich schätze, das hat was zu tun, oder? Ja, ich habe es ja schon gesagt. Also das ist ja gute, solide russische Technik. Und offensichtlich ist es so, dass die Nautiker oder die alten Fischer damals teilweise doch mal ins Glas geguckt haben. Und damit sie aber nicht vergessen müssen oder nicht vergessen konnten, wo sie hinfahren, haben sie diesen, wie würde man heute modern sagen, Reminder. Ja. Dieses Stück dort, darf ich mal nach vorne gehen hier, dieses Stück hier konstruiert, wo man also hier ganz einfach den Kurs einstellen kann. 360 Grad Richtung Norden, also damit auch wirklich sozusagen der Rudergänger dann auch, wenn er das mal zwischendurch vergessen sollte, ist natürlich völliger Blödsinn. Aber das ist immer eine Hilfe, dass man das eingestellt hat und dann weiß er immer noch, welchen Kurs er steuern soll, also welche Gradzahl er im Prinzip dann steuern soll. Ja, ganz wichtiges Equipment. Aber man hat das schon auch immer wirklich straight eingestellt. Also ich habe es immer gemacht. Okay. Ja, ganz wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt kommt ein Stück, dass ich diesem Gerät hier dieser Orgel gewidmet habe, die von der Firma Gerland Penta, ich nenne die immer Pentamatic, weil sie sehr viel Automatik hat. Und das Besondere daran fand ich, auch als ich meinen ersten Drumcomputer in den 90ern gekauft habe, habe ich mir mal vorgestellt, dass da drin ein kleines Männchen ist, was die ganze Zeit rum Schlagzeug spielt oder irgendwie was macht. Und in diesem Fall sind das für mich die Pentamatics, also das sind kleine Wesen, die da drin irgendwie rumfuchteln. Und zum Beispiel eben hier, ich kann es einmal vormachen, da gibt es zum Beispiel Rhythmus. Ich lasse das Gerät an. Also zum, auch Töne, Töne kommen auch aus. Genau, aber auch Rhythmus, wie wir es gehört haben. Wahnsinnig laut klingt das hier, aber es ist auch schön, dass es laut ist. Bin ich nicht mehr gewohnt. Und da habe ich ein Stück für gemacht, das heißt Caravan of the Pentamatics. Und da habe ich ein Stück für gemacht, das heißt Caravan of the Pentamatics. Und da habe ich ein Stück für gemacht, das heißt Caravan von Töne, 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 Töne. Und da habe ich ein Stück für gemacht, das heißt Caravan von Töne. Und da habe ich ein Stück für gemacht. Und da habe ich ein Stück für gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann kommt noch ein Stück, was ich dieser tollen Orgel gewidmet habe und das heißt Dance of the Space Pentax und das geht so. 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 Und das geht so.